Weiter geht's zu, äh, über und durch Final Fantasy XIV. Dorn Trail, es geht weiter. Wir wollen das große, drachenähnliche Schnabeltier verprügeln. Wir wollen Königin über Mittelerde werden. Wir wollen... Keine Ahnung. Ruhm, Reichtum. Ich kann zocken, yeah. Ja, Hallöchen und Willkommen auf Final Fantasy XIV, Alexander. So in Stein gemetzelt. Ja, ich weiß, dass da was anderes stimmt. Um Gurfurlu zu finden und damit hoffentlich die Prüfung des Grabes zu meistern, sollten wir uns aufteilen und uns nach Informationen zu seinem Aufenthaltsort umhören. Natürlich werden wir kaum genaue Aussagen bekommen. Schließlich wäre es sonst keine Prüfung. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns jedes noch so kleine Detail merken, wo die Bewohner von, äh, Warlors Echo mit uns teilen. Äh, von, ja, was uns teilen. Man kann nie wissen, in welchem Wort sich ein Hinweis verbirgt. Ich nehme außerdem an, dass auch zwischen den Zeilen sehr viel herausgehört, äh, herauszuhören sein wird. Also spitzt die Ohren. Wenn wir die Befragung abgeschlossen haben, treffen wir uns wieder hier. Gar kein Problem. Ich hab ja schon spitze Ohren. Wir wollen Blackjack und Nutten. Dann baue ich mir halt eben ein eigenes Königreich mit Blackjack und Nutten. Wo ist der hohe Priester? Jetzt frag, äh, jetzt wo du fragst. Ich habe ihn heute noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Ist das, äh, ist, ist im... Ist es im Übrigen war, dass es sich bei der, äh, Sbarr... Sbral von vorhin aus, äh, Kariorsar dem huldvollen Trat... Ah! Warum muss man so viele Wörter, so viele Kackwörter in einen Satz verpacken? ist es übrigens wahr, dass es sich bei der Xbral, die vorhin aus Kariorza, dem Hultvollen trat, um die erste Prinzessin Vuklamath handelt Irgendwann steht einfach nur noch irgendwie, keine Ahnung Vuklamath drang durch Asparteku über drei Zahn Hultskrims und traf dort Admiral Merlwip, um sie zu einem Raktorf Pull herauszufordern oder sowas an der Supermarktkasse genau achso, also den Warteschlag geht so war irgendwie Platz 45 oder so, als ich eingeloggt habe auf den ersten Blick wirkt sie etwas unreif ob sie wohl eine würdige Nachfolgerin für den großen Ghulul Jar Jar ist ey Junge, ich hab nach dem ich, ich hab ich habe nach dem Hohepriester und nicht nach deiner Meinung gefragt Gummikatzen hüpfen hier und dort und überall sie sind für dich da wenn du sie brauchst das ist die dufte Gummikatzen mal gucken, ob es Dienstag schlimmer wird ich glaube nicht weil die Leute können ja jetzt heute auch schon spielen deswegen finde ich ich finde dieses Pre-Order-System einfach komplett blödsinn also der Große ich wüsste nicht dass irgendjemand das Spiel erst am Dienstag kauft weil die ja trotzdem den gleichen Preis zahlt wie beim Pre-Order erstmal ein Ladafell erstellen du hast noch nicht verstanden wie dieses Spiel funktioniert, oder? oh, er konnte sich eben fallen nach dem Hohepriester leider weiß ich nicht wo sich Gurfrufrufrufrufrufrufruf im Moment aufhält auch wenn es euch ähm auch wenn ich es euch wünsche auch wenn ich es euch wünschen würde ihn zumindest einmal zu treffen er ist ein sehr weiser Mann und er hat großen Respekt vor den Traditionen musst du wissen beispielsweise schätzt er unsere Schrift sehr mit der wir äh Botschaften und Geschichten in die Steine meißeln ich arbeite gerade an Aufzeichnungen über das Leben einer Person dazu gehört auch unsere heutige Begegnung egal wie oft die Sonne über den Horizont zieht ich werde immer auf diesen Stein blicken und mich daran erinnern können wenn du mehr über unsere Bräuche und Riten erfahren möchtest solltest du dir ähm ein Zeugnis wenden es ist ein ähm eine unserer Grabstätten gleich nordwestlich von hier wenn du mehr über unsere Kultur lesen möchtest fahren sie doch rüber nach Scharlayan und wälzen sie ein paar Bücher ich habe mit Galuf als der hier war nämlich die ganze drum geredet der hat unsere gesamte Kultur und das gesamte drum herum aufgezeichnet aber anstatt einfach da zu gucken wo der Großvater von Krile vielleicht Aufzeichnungen hinterlassen hat rennen wir lieber durch die Gegend du hast eine Mikote ja ich habe die einzig wahre äh Spezies in diesem Spiel genommen kommst du aus Tuliola nein du bist von jenseits der See nicht wa es tut mir leid aber ich weiß nicht wo sich hohe Priester Gofuru aufhält er wacht nicht nur über die Siegel sondern auch über unsere Gräber von daher ist er selten hier danke Patrick sind hübsche Wesen schon hübsche Wesen ja ja aber nimm nicht die männlichen die sehen aus als hätten die Gicht wenn weiblich ja guck mal da haben wir so ein knieloses Wesen Aura sind echt hübsch ähm geht so ich finde Aura die weiblichen Aura sehen alle so aus als ob die als ob die wegen jedem kleinen Scheiße anfangen zu weinen die gucken immer so total traurig es gibt glaube ich nur ein Setup welche bei den Aura die aus die einsatzweise normal gucken die Rest sieht einfach so aus wie wuuu also hat jemand herausgefunden wo sich Gurfuruluru aufhält das habe ich mir gedacht habt ihr sonst etwas interessantes kurioses oder auffälliges überhört mir wurde erzählt dass der Hohepriester auch gleichzeitig ein Grabhüter ist das habe ich auch gehört ja Gräber generell scheinen für die Hocky eine große Bedeutung zu haben dann sollten wir uns wohl auf einem Friedhof bei einem Grabmal oder in ähnlichen Städten nach ihm umsehen wo finden wir ähm so einen Ort also ich verschanze meine äh meine meine Leichen immer hinterm Haus vielleicht gucken wir einfach hinterm Haus nach das Zeugnis und das ist eine Grabstätte der Yukui sagst du dann sollten wir uns ähm dann sollten wir sie uns ansehen egal ob wir Gurfurfurfur dort finden oder nicht es klingt nach einem guten Ort um mehr über die Hockui zu erfahren einfach nach Nordwesten von hier aus richtig treffen wir uns dort es ist ein steiniger Weg ähm und mit Vuklamats langen Beinen kann ich vermutlich nicht mithalten immer diese Spiele und ihren Opai umfang ich verstehe das Problem nicht oh da ist da ist ja auch schon Krile hallo Krile oh das sieht aber wirklich aus wie ne Tempel wie ne alte Grabanlage eigentlich sieht's aus Tempel Boobies alle anderen sind schon ähm sind schon gen Westen zum Zeugnis losgezogen der Weg ist mit seinen vielen Klippen und Steigungen durchaus tückisch deswegen gehen wir sicherheitshalber äh lieber alle einzeln manchen von uns ist diese felsige Gegend schlicht mehr zu schaffen äh macht diese felsige Gegend schlicht mehr zu schaffen ich wollte mir von ähm von hier aus einen Überblick verschaffen ehe ich losziehe aber wenn ich dich ein wenig ähm aber wenn du dich ein wenig beeilst erwischst du bestimmt Erenville weiter vorn er hat dir ähm den Weg sicherlich weitaus besser ähm er kann dir den Weg weitaus besser weisen als ich sehr gut wir lassen Krile einfach links liegen uninteressanter Charakter das sieht aus wie eine Inka oder Maya Stadt die man besichtigen kann ja äh wait a moment egal ich finde es nebenbei sehr sehr schön dass hier scheinbar überall solche komischen Brandlöcher sind als ob hier irgendwer mit Steinen mit heißen Steinen um sich geworfen hat die sind mir an anderer Stelle auch auch schon aufgefallen zieh dir diesen Krater an er schwillt und schwillt obwohl er weder von Holz noch von Gras zehren kann laut der Tuliolal Sage ist er während Walliger Mann das letzten Erwachen entstanden in ihr heißt es dass die Flammen dieses legendären Wesen niemals erlöschen selbst im schwersten Sturm nicht ich dachte immer es wäre dichterische Freiheit aber genug davon Vuklamath ist weiter vorn ich habe sie leider aus den Augen verloren aber sie wird sich diesmal schon nicht verlaufen was macht dich da so sicher hast du ihnen einen Kompass gegeben oder eine Karte von der Umgebung 397 Jahre Richtung Nordwest ist der nächste Wind Äther ach du die wann schauen wir eine Folge wir schauen diese blöde Sendung nicht Ancient Aliens Alter wisst ihr was da gucke ich mir lieber Frauentausch an da sind zumindest die Personen echt nicht mal das warte mal ganz kurz hier ist doch ne ganz im Ernst Alter nicht Ancient Aliens das ist so ein Blödsinn was das kann nicht wahr sein ich habe wirklich hier im Norden eine der Windeder Quellen verpasst ja gut müssen wir später nochmal hin ich habe einen Traum einer Frau erstellt okay Glückwunsch da war ich wohl die schnellste der Sieg ist mein Aber genug gescherzt sehen wir was wir was uns hier erwartet Entschuldige bist du Gurfulu Nein ich bin nicht der Hohepriester aber eine Bitte hat an mich gerichtet wenn jemand nach ihm suchen kommt soll ich der Person über dieses Grab erzählen Dann sind wir hier nicht komplett auf der falschen Spur und wer liegt hier begraben Niemand wenn der Körper seinen Dienst erfüllt hat wird er eingeäschert und in den Bergen Urkopachas verstreut Lecker da freuen sich die Leute die dort unten wohnen ganz ganz doll glaube Unsere Vorstellung vom Tod unterscheidet sich vermutlich grundlegend von der Eure Bei uns stört man nicht wenn das Herz aufhört zu schlagen und der Atem versiegt Nein Tod ist man erst wenn eine Existenz aus allen Herzen verschwunden ist Deswegen errichten wir Gräber lange bevor der Körper seinen Dienst versagt um auf ewig in den Herzen anderer zu verweilen Das ist das Grab eines besten Freundes Der Körper legt sich schon vor Jahren zur Ruhe aber in meinem Herzen lebt er noch wie vor weiter äh nach wie vor weiter guck mal hier ist die Schlange von Roncar oder hier Auch mein Grab findet sich je im Zeugnis Und solange es besteht werde ich auch bestehen Genau wie mein Freund lebe ich in Herzen all jener weiter die die Inschrift auf dem Stein lesen können Glaubt ihr schon seit jeher an diese Art des Sterbens Ihr solltet zum Schlund des Unvergessens Lernt ihr unsere Geschichte kennen werdet ihr auch antworten auf die Fragen finden die euch gerade beschäftigen Das sollten wir unbedingt machen Was wir hier erzählt bekommen über Gräber und Geschichten und Erinnerungen ist wirklich ganz anders als das was ich kenne Ich will unbedingt noch mehr erfahren Ich danke euch dass ihr mir zugehört habt und ich so einen Platz in eurem Herzen einnehmen durfte Der Schlund des Vergessens liegt entlang dieses Fahnes Aber gebt unterwegs bitte gut auf euch acht Ihr Schlund des Vergessens gehst du durch fällt ein Stein auf den Kopf hast du alles vergessen 후 ... ... ... ... ... ... ... Erster Dungeon Check ist schön, oder? Ein cooler Dungeon. Der nette Yukui am Zeugnis meinte, wir sollten hierher kommen. Ja, der hohe Priester sagte, dass ihr kommen würdet. Ich bin ein Geschichtenerzähler, sind Generationen aus meiner Familie mit den Legenden betraut, die auf diesen Wandgemälde abgebildet sind. Sie sind ja wirklich detailliert. Stellen Sie die Geschichte eures Volkes dar? Ganz recht. Ehe ihr euch in Prüfung stellt, solltet ihr euch mit dem Pfad vertraut machen, auf dem die Yukui wandeln. Sehr gern. Bitte erzählt uns davon. Es wäre mir eine Ehre. Dieses Bild zeigt unser Volk auf dem Höhepunkt seiner Blüte. Den Legenden zufolge legt diese Epoche aber hundert von Jahren zurück. Wir Yukui sind größer und kräftiger als die anderen Völker Turals. Unsere Vorfahren nutzten diese Macht und eroberten einen Landstrich nach dem anderen, bis sie beinahe ganz Joktural herrschten. Doch sie wollten noch weiter expandieren und so wandte sich ihr Blick in den Norden. Dieses Bild stellt die Expedition nach Zaktural dar. Um die scheinbar unüberwindbare Meerenge dennoch zu überqueren, bauten unsere Vorfahren über 100 Jahre lang eine riesige Brücke zur Nordhälfte des Kontinents. Du wuglamartest voll Juffi im falschen Körper. Du meinst Sorgor die Weite in Tuliola nicht wahr? Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Arbeit das gewesen sein muss und das alles nur zum Erobern. Aber es gibt ja keine Jok... Aber es gibt ja keine Jokui in Chaktural, oder? Diese Frage beantwortet das nächste Wandbild. Das sind gefallene Jokui. Lief der Feldzug gegen den Norden so schlecht? Achso, das sind gefallene Jokui. Lief der Feldzug gegen den Norden so schlecht? Es ist rund 1000 Jahre her, dass unsere Vorfahren gegen Joktural zogen. Was sie dort erwartete, war kein Krieg, sondern eine Seuche. Sie wurden also krank? Die Krankheit war keine Unbekannte. Die Shetona und Tanawafta, die im Norden seither heimisch sind, kennen sie als nicht viel mehr als eine leichte Erkältung, die mit steter Regelmäßigkeit grassiert. Aber für unsere Vorfahren kam dieser Erreger einem Todesurteil gleich. Man erzählt sich, dass 9 von 10 Jokui, die sich auf die Expeditionen in den Norden begeben hatten, diese Seuche zum Opfer fielen und dass seither weitaus weniger Kinder zur Welt kamen als früher. Ach Mensch, immer diese Analogien, die hier reingebracht werden. Davon hört man oft, das stimmt. Man bereist ein fernes Land und kommt mit Krankheiten in Kontakt, die der eigene Körper nicht kennt und daher nicht abwehren kann. Und Joktural war schließlich komplett von Joktural getrennt. Ich kann mir vorstellen, dass die Tradition des Einäscherns auch aus genau dieser Zeit stammt. Auf den letzten Bild sehen wir Okopaccia. Nachdem unser Volk so herbe Verluste geklagt hatte, zog er sich in seine Heimat zurück, die Berge. Letztlich gab es nur einen Grund für den Eroberungszug in den Krieg. Es galt den Frieden, Okopaccia zu wahren. Vor langer, langer Zeit soll unser Urvater von unseren Völkern auf dem Kontinent gehört haben, die gänzlich anders aussehen und gänzlich anders denken als wir. Er sorgte sich, dass wir uns eines Tages angreifen könnten. So entschied man sich zum Erstschlag, auf das uns dieses Schicksal erspart bliebe. Doch je erbitterter wir kämpften, desto ferner schien eben der Frieden, den wir uns doch so sehr erwünschten. Erst als die Expedition nach Joktural gescheitert war und man zurück in die Berge kehrte, begriffen unsere Ahnen. Das, was wir uns wünschten, war die ganze Zeit über hier. Ein friedliches Leben der Heimat, die uns das Leben schenkte. Wo wir unsere Erinnerungen im Fels der Berge verewigen konnten. Das ist der wahre Frieden, nach dem sich unsere Herzen sehnten. Der Krieg machte uns blind für den Frieden, den wir doch bereits in den Händen halten. Dies ist die Geschichte der Jokui. Habt ihr ihn nun begriffen? Der Weg, den ihr bereits gegangen seid und der Weg, den ihr weiter gehen wollt. Ja, ich habe eure Wünsche ganz deutlich vor Augen. Dann will ich euch auch offenbaren, wo sich der hohe Priester befindet. Er erwartet euch auf dem Gipfel unseres heiligen Berges, im Vorkorzormor. Ha, also müssen wir doch noch den Berg hoch. Eine gute Prüfung für den zukünftigen Herrscher. Den Aufstieg zum Vorkorzormor findet ihr südlich von hier. Doch gebt Acht, der Weg nach oben ist kein leichter. Wilde Tiere und andere Kreaturen nennen den Berg ihr eigen. Vielen Dank für die Warnung. Und für die Geschichten, die wir von den Wandbildern erzählt werden. Ich konnte wirklich viel lernen. Jetzt wissen wir, wo der hohe Priester ist. Auf zum Vorkorzormor. Auf nach Mordor. Ah, Moment. Einige Meter nach Westen ist noch eine Windlederquelle. Zum Vorkorzormor. Wo ist jetzt die Nächste? Die Nächste ist jetzt im Nordosten. Da oben lang. Moment, ist das jetzt die Letzte? Ne, die Vorletzte. Äh, Shiva ist voll. Dann zu einer anderen Uhrzeit. Also ganz früh morgens beispielsweise versuchen. Oder du kannst hier auch zwischen den Welten und her reisen. Also das ist auch kein Drama. Wichtig ist halt eben nur das Datenzentrum eigentlich. Gerade im Gesicht, BÄM. Und jetzt? Norden war noch da oben irgendwo. Puh, die Luft ist wirklich dünn hier oben. Und wir müssen noch viel weiter hoch. Ach, seit wann bist du denn hier? Ähm, bekomme ich nicht den falschen Eindruck. Ich bin noch lange nicht aus der Puste. Los, der Berg wartet. Zeigen wir den anderen, dass wir uns von so einer sanften Steigung nicht unterkriegen lassen. Sagt sie jetzt. Ein Feuerstein und er lebt. Meint ihr, er heißt Fred mit Vornamen? Ich denke ja immer noch über das nach, was der Geschichtenerzähler gesagt hat. Je erbitterter man kämpft, desto ferner ist der Frieden. Wenn sich Sural Jha dieser Prüfung stellen will, muss er dieselben Wandbilder gesehen haben wie wir. Vielleicht denkt er dann nochmal drüber nach, ob es wirklich der Krieg ist, der den Leuten die wahre Bedeutung von Frieden zeigen kann. I don't think so. Endlich. 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 Wie hoch ist denn bitte dieser Berg? Und da sollen wir jetzt hochsteigen? Ja, genau. Dir auch ein wunderschönes Ich glaube, das ist die uralte Sprache der Yokui. Hey Alex, Hallöchen und vielen lieben Dank für deinen Resub. Einen Versuch war es wert. Auch wenn sie mir bitter wie Galle auf der Zunge brennt, will ich doch in der Gemeinsprache Tuliolals sprechen, damit ihr mich versteht. Ihr seid Teil dieses Thronfolgeritus, ja? Oh, ja, das sind wir. Wenn ihr nun also alle sterben würdet, dann gibt es auch keinen Nachfolger für Tuliolals Thron mehr? Ich weiß nicht, ob mir gefällt, in welche Richtung diese Frage geht. Ihr wirkt sehr anders als alle anderen Yokui, die ich bislang getroffen habe. Gut. Wir wollen mit Gulul Jajas Speichelleckern auch nichts zu tun haben. Ich und meine Brüder streben danach, den Kontinent zurück zu seiner alten Glorie zu führen und als seine rechtmäßigen Herrscher über ihn zu gebieten. Jeder hier so, ne? Ich will König werden. Also ein gänzlich anderes Volk als die Yokui von Warlas Echo? Die Yokui von Warlas Echo sind weder schwach noch sind sie die Speichellecker meines Vaters. Sie haben schlicht und einfach begriffen, dass der Frieden, nach dem sie sich gesehnt haben, die ganze Zeit schon in ihren Händen lag. Und dann sprecht ihr nicht von Schwäche? Eintausend Jahre lang hebten unsere Vorfahren nur diesen einen Wunsch und die Feiglinge von Warlas Echo kehren ihm den Rücken und spucken auf dieses Vermächtnis. Sie sind nicht mehr unser Blut. Wir werden es sein, die unser uraltes Verlangen wahr werden lassen. Nebenbei, das hat, Gott gilt, das hat meine Freundin auch gerade angefangen zu singen und ich wollte es eigentlich gleich anstimmen. Wir werden uns rennen. Und dein Leben zu nehmen, Prinzessin von Tuliolal, wird der Auftakt unseres Feldzuges sein. Wartet, ich will nicht gegen euch kämpfen. Dann stirb ohne Waffe in der Hand. Uch, die Bestie des Vorko Sormo hat uns gehört und lächzt nun nach unserem Blut. Komm nur! Dann sollst du unseren Zorn eben als erstes spüren. das war knapp. Danke, Kreele. Das muss ich mir mal merken. wenn jemand mir mit Schläge droht, bewerfe ich ihn einfach mit Tusche. Was soll das? Oh, ich bin die ganze Zeit so Tuschkleckse ins Gesicht. So wie früher in der Grundschule oder so. Erst eintunken, dann Wasser und dann die ganze Zeit mit den Bürsten und so. Ich hab doch gesagt, ich will nicht gegen euch kämpfen. Stülzchen Alex! Und wenn ihr hier sterbt, können wir uns nicht mehr unterhalten und dann kann ich euch nicht mehr kennenlernen. Dabei weiß ich doch noch gar nichts über euch. Uns kennenlernen? Wozu? Wie, wozu? Weil wir auf demselben Kontinent leben, natürlich. Das macht euch erst mal zu Freunden. Ist der soweit in Ordnung? Die Verletzung ist zumindest nicht lebensbedrohlich. Allerdings wird es noch einige Momente dauern, bis er wieder auf den Beinen ist. Dann bleibt bitte bei ihm, Alfino. Wir steigen auf den Wurkor Sormor. Mordor! Verstanden. Aber passt auf euch auf, ja? Glaubt nicht, dass wir von dem Ansinnen unserer Vorfahren so einfach ablassen. Tun wir auch nicht. Aber umbringen kannst du mich später immer noch. Wenn du dich Anführer nennen willst, musst du dich jetzt um deinen Gefährten kümmern. In so einem gigantischen Gebirge leben zweifelsohne zahlreiche Tiere, die ich noch nie gesehen habe. Ihr könnt mir also gerne den Weg bereiten. Gehen wir. Irgendwo dort oben muss Guafurloor sein. Was? Und? Und? Mach den Sound! Mach den Sound! Mach den Sound! Und? Yes! Wir haben Mordor freigeschaltet! So, das heißt, wir können uns auch erst mal wir können uns auch erst mal darum kümmern den die nächsten oder die letzten zwei Windätherquellen zu holen. Die wir hier auf der Stadt die wir hier finden. Weil die Aya braucht auch noch ein bisschen bis sie dort ist. Aber gar nicht mehr so lange. Bonk! Also, einige Jeime nach Südosten. Ich würde jedenfalls sagen hier lang. Noch weiter nach Süden. Ein Walrus! Hui! So, damit haben wir auch diese Windätherquelle. Silent verschwindet ins Bett. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Danke, dass du da warst, Silent. Mein Gutester. Dann schlaf süß, träume was Süßes. Komm bald wieder, verlauf dich nicht. hab dich lieb, fühl dich gedrückt. André geht auch ins Bettchen. Na dann, auch du, fühl dich gedrückt und in den Schlaf geknuddelt. Dieser Vicky hier, ey. Ich geh jetzt. Achso, ich hab gerade gesehen, ich nehm dich mit ins Bettchen. So, Ey, haben wir den Moment mal. Das war's für heute. Puh, Maeve! Einen wunderschönen Schlaflurk wünsche ich dir. Hä? Es ist so warm! Es ist einfach so warm. So, dann versuchen wir das ganze jetzt nochmal, aber schön. So, das nächste Mal springen wir nicht irgendwelche Klippen runter, wenn wir gerade irgendwie angegriffen werden. Romm, ich fahre mit meinem Motorrad. Ah, wisse was? Kommt. Heute. Ausnahmsweise nur heute. So. 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 Ich brauche das Motorrad. Ach ja, schöner Soundtrack. So. Wir haben jetzt alle Windluckfängen, meine ich, die wir hier auf der Karte bekommen können. Ja. Sehr gut. Das heißt, im Grunde haben wir jetzt auch nur noch, oder haben wir jetzt den Dungion vor uns. Das heißt, wir können jetzt erstmal ganz gemütlich Pause machen. Und, ähm, ja, sehen wir uns dann gleich wieder, glaube ich. Oder? Machen wir das noch? Gehen wir das noch? Was sagt meine bessere Hälfte? Hallo? Hallo? Ich sag ja. Bis gleich. Bis gleich.